Es wird letztendlich so sein, dass immer vier Personen in jeder Gondel sitzen und sechs Minuten Zeit haben, sich untereinander kennenzulernen. Und dann wird halt jedes Mal unten in der Talstation wieder getauscht, dass zwei Unternehmer sitzen bleiben, zwei neue Unternehmer dazukommen. Und so machen wir das halt für eine gute Stunde, anderthalb Stunden. Es ist ja sehr interessante Gespräche und Bekanntschaften von vor allen Dingen der Damen, der Geschäftsführerin der Silberntaler Erlebniswelt und einer IT-Expertin aus dem Braunschweiger Raum, wo man auch für die Wirtschaftsförderung der Welternachter Stadt Quedlinburg, wo er sich kümmert, sehr schöne fachliche Themen und Erkenntnis mitnehmen konnte. Die Tode fände ich super, weil man schnell viele Leute kennenlernen kann, wenn man es richtig machen will, nicht so wie wir, dass wir immer sitzen bleiben. Gut, wir sind jetzt sitzen geblieben, aber da ermöglicht es sich einfach nochmal auch Rückfragen zu stellen und sich intensiver auszutauschen. Aber ansonsten, wenn man jetzt das richtig macht, wie das vorgesehen ist, lernt man natürlich viele Leute schnell kennen. Ich bin zufrieden, weil wir die einmalige Chance bekommen haben, hier im wunderschönen Tale bei den Seilbahnen im Prinzip nette, interessante und tolle Menschen kennenzulernen. Ich bin zufrieden, weil das eine tolle Veranstaltung ist. Es ist eine fiffige Idee. Die Seilbahn ist einfach dafür geeignet, so ein Dating zu machen. Sollte man öfters machen. Ich bin zufrieden, weil das ein Dating zu machen. Sollte man öfters 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 machen das Licht passiert. Sollte man öfters machen. Sollte manchmal ein Dating zu können, weil das sechs mit蓋 zieht ein Laschet inセilung zu erwerbieren. Vielen Dank.